Musik Man kommt vorne zu dem Tor rein und ist in einer anderen Welt. Wir sind umgeben von Müll und bauen mit dem Müll. Vorher passiert irgendwie über Jahre lang nichts, das Ding verfällt und dann ist halt über zwei Wochen hinweg einfach die Hölle los. Das Festival, gerade in solchen Breiten, sind die ideal, weil sie ja die Menschen erreichen, die meiner Meinung nach wichtig zu erreichen sind. Die Hauptsache ist nicht das Ergebnis, das am Ende steht, sondern ein Stück die Erfahrung in dem Moment und der Prozess des gemeinsamen Gestaltens. Ich kenne keinen anderen Ort, der es so ermöglicht, mich so auszuprobieren. A lot of people think that if you do something creative, it's your hobby or something, but most of the time that's actually what you really are. And this is what I am. Musik